Hallöchen Leute Willkommenserspläte der Mai Ostmann ich muss die Mitglieder Toro Bischofsdruck die Ausmaßnahmen auch das habe ich noch eine Fee das ist die Werte als Verwenden aber ich hoffe es war das letzte Mal jetzt wer wenn nicht dann haue ich das Spiel dann haue ich die Textur was zum Alter geht das hoch wow und das ist schon der Bassraum erstmal runter nein nein warum wolltest du denn nicht ab tsching au so da taucht jetzt eine Truhe mit einer Fee wieder auf so viel ich noch weiß miau ich kann es ja auch wenn ich anzugreifen eine verirrte Fee okoronling komm wir hauen hier ab wo bin ich jetzt schon wieder gelandet hier kann ich neues tun jau los komm zu mir ah ne die sind gefangen in Blasen oder in Truhen eins von beiden so ich bin wieder hier oben und von da aus kommen wir nein nicht runterfallen das wäre jetzt ziemlich dämlich kann hier schon weiter oder so nö wir müssen da durch die gelbe Tür gehen ja wo war noch mal die hier gab es auf jeden fall auch eine Fee erst mal die Herzen mal dahinter erst mal gucken diese das ist eine goldene Truhe mit einem kleinen Schlüssel drin du hast den kleinen Schlüssel erhalten okay so der ist bis dahin ganz nach hinten schieben ich mag den Tempel welchen Tempel ich auch mal ausmaße ich mag ist der dritte Tempel ihr könnt mal raten was es für einer ist das dritte Gebiet war ja ein wehres Gebiet also wird der Tempel wohl ein Wassertempel sein hm ich glaube das erklärt alles ich mag fast in keinem Zelda den Wassertempel außer den Turm der Götter in the Windwager das war ja auch eigentlich ein Wassertempel wenn man so bedenkt dem magisch das linge jetzt zu klein oder was auch wir haben doch den Gropen wir haben doch Zora Link höhe sie ist ja das ist ziemlich nützlich die den Back zu verwenden Tadaa das ist ziemlich nützlich die man schon back zu lüsen eine verirrte Fee dieses Numero 6 aber rein theoretisch könnte ich jetzt den Schlüssel behalten da ist auf jeden Fall eine Truhe mit dem Kompass drin das sind die kommt zu mir schon da oben aber nicht schön wir brauchen brauchen was wir hier vorher löschen können er kommen wir nicht weiter ja ein grund kann das zerstört bm so in der rauf haben wir später wieder zurück den schlüssel behalte ist sozusagen haben wir ein schlüssel mal über auf jeden fall ihr feiler dann sagt obwohl man sieht ja auf der karte wo auch räume sind wo man für das augen der wahrheit braucht ich verwende das gleich mal ganz kurz und von der das sieht weil bei der augen aufzeigen wird nicht so dass so da wurde das was man mit dem augen der weit durchsehen konnte dunkler also alles wurde dunkler außer das wo man durchgehen konnte das wäre ich jetzt mal kurz testen ob das hier auch so ist wenn nicht ist auch nicht schlimm doch man kann durchgucken man kann durchgucken das ist dann ja mal nice daran also das gehen nur manche sachen nicht dann brauchen wir unsere gewohnen maske 8 von 15 fehlt schon mal sehr gut dann du ja wir haben jetzt immer ein schlüssel übrig wo hier ist auch eine fehl der wahrheit deine decke ist die nämlich kommt zu mir fehl einmal safe daten hör mal fehl komm her fehl sich verarschen und diese kleinen fehlern gehen mir auf den nerv so wie los lenkt ok hier drauf gronlenk power bohrling ich hätte ich so kaum wenn du da jetzt halt das ist doch mit zeit oder ooooh bamm bamm der kann nicht klettern wie dumm oh nioh bamm wow willst du einmal gerade drehen link da muss jetzt auch überrollen nö ich will nicht voll speed nein das ist weg jetzt ist wieder gelassen ein glück das erst mal gucken uns hier drinnen um was sollst du mir nur hier zack maske an okay und dann voll speed bämm was zum dazwischenboss wir brauchen nur link und unserem bogen immer wenn ihr auf die karte achtet die die runde und punkt immer dahin gucken wo der rote punkt ist weil das so weil da ist immer der typ weil er wird sich dazu vervielfältigen von daher genau jetzt es ist immer gut wo der rote punkt ist er ist hier das ist das original da drüben wieder neben mir bauen ich stehe es genauso fest wo die troes auftaucht bestimmt neustadt rumstehen hier also ich glaube unser dann verhalten wird ein item sein feuer ich glaube es wird werden feuer auf jeden fall die 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 du hast den feuer feier ein eventar kannst du ihn auf 10 platzieren eine feine mit der kraft des feures zu umhüllen episch das haben wir feuer 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 so so du solltest treffen lenkt und da kommen wir jetzt gleich wieder so viel ich noch weiß erst mal die gronhaut wiederholen so und wieder high speed die wieder ausziehen und als normale linkieren was war das gibt die die käsen wir hier wo ging es noch mal lang auch da lang das ist doch ziemlich gefährlich oder nicht wo ist dieses teil da da müssen wir hin da ist nämlich ein fehl versteckt du wirst du zwar von ganz unten wiederholen gehen aber furisch furisch link wieso hast du es nicht geschafft aber wir können die fehlen am anfang noch holen die man da holen die da zu holen sind auch gut schmelzen ich glaube ich hätte schlüssel doch verwenden schmelzen jetzt da drüben noch so jetzt gehen wir durch die rote tür so ich wollte hier gar nicht rein obwohl doch jetzt habe ich keine magie mehr super portal bomb for the win ja eine drohe mit dem kleinen schlüssel drin muss ich gleich nicht mehr töten ist das jetzt schon gemacht also vorteil da ihr durch das willst du von mir durch die grünen rollen wer tut das nicht jetzt kriegst du noch einmal weißt das zu legen weil darum ist wieder eine fehl ich komme damit zur link ran wenn du sprung mal gucken jawohl vorsicht oh gott wir haben überzogen oh je ich würde sagen ich bin jetzt bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal